Hi Leute, ich bin hier heute beim Phäno Science Center in Wolfsburg und die planen eine Ausstellung zum Thema Physik-Spaß aus dem Smartphone am 11. und 12. März. Also sind wir mit FeeFox hier genau an der richtigen Stelle und die folgenden Bilder sind einfach nur kurzer Teaser zu weiteren Informationen, die dazu noch folgen werden. Viel Spaß! Vielen Dank! Vielen Dank!